Zurück in der Stadt, meiner Stadt, So vertraut meinen Tränen, Den geschwollenen kindlichen Drüsen Vertraut meinen Venen, Und kamst du zurück, so schluck ihn nur eiligst hinunter Den fischigen Tran der Laternen An Leningrads Ufern. Erkenn ihn und mach dich vertraut dem Dezembertag, Wie mit Eigelb vermischt er befremdend den Straßenbelag. Petersburg, ich will noch nicht sterben, nicht hier, Meine Telefonnummern, du trägst sie noch alle mit dir, Petersburg, ich kann sie hier alle noch finden, Die stummen Adressen der stummen, der toten Stimmen. Hier unter der Stiege der Schwarzen fand ich eine Bleibe, Es klirrt an die Schläfe die Klingel entrissen dem Leibe, Die ganze Nacht harr ich der liebsten Gäste hier, Und rassel und zerr die Ketten, die Fesseln der Tür. Zurück in der Stadt, meiner Stadt, so vertraut meinen Tränen, Den geschwollenen kindlichen Drüsen vertraut meinen Venen. Sankt Petersburg ist die Stadt, in der Mandelstamm aufwuchs Und in der er mit Unterbrechungen bis 1920 lebte. Und kamst du zurück, so schluck ihn nur eiligst hinunter Den fischigen Tran der Laternen An Leningrads Ufern. Im Dezember 1930 kehrte Mandelstamm, In der stalinistischen Sowjetunion aller Arbeitsmöglichkeit beraubt, Mehr oder weniger als Bettler in die Stadt zurück, Die jetzt den Namen Leningrad trug. Das fahle Licht der Laternen gilt es wie Lebertran, Mit dem man als Kind zur Vorbeugung von Rachitis gequält wurde, Zu schlucken, also hinzunehmen, Daß man jetzt wieder da ist, Und daß die Stadt nicht anders ist, als sie ist. Erkenn ihn und mach dich vertraut dem Dezembertag, Wie mit Eigelb vermischt er befremdend den Straßenbelag. Petersburg liegt am 60. Breitengrad Und damit noch nördlicher als Stockholm, Entsprechend tief steht das Eigelb, Die Sonne über den Straßen. Petersburg, ich will noch nicht sterben, nicht hier, Meine Telefonnummern, du trägst sie noch alle mit dir. Mit dem Namen, den die Stadt nicht mehr tragen darf, Erscheint die Stadt selbst wie ausgelöscht. An die Menschen, die Mandelstamm in Petersburg kannte, Erinnern auch nur noch die Telefonnummern. Unabhängig davon, ob sie nicht mehr da sind, Oder der Kontakt für den gemiedenen Dichter Unmöglich geworden ist, Er wird von ihnen so gut wie keinen Gebrauch machen. Petersburg, ich kann sie hier alle noch finden, Die stummen Adressen der Stummen der Toten Stimmen. 1921 starb der Dichter Alexander Block Und Nikolai Gumilyov, Akhmatovas geschiedener Ehemann, Wurde im selben Jahr von den Bolschewiken erschossen. Auf diese bleierne, finstere Zeit Hatte er damals schon mit dem Gedicht Nachts vorm Haus, da wusch ich mich, reagiert. Sie waren aber nicht die einzigen, Die den ersten Säuberungen zum Opfer fielen. Stumm und tot Sind aber auch die Stimmen derjenigen, Die unter der brutalen Sobietmacht Sich in Schweigen zurückziehen Und die, die keinen Kontakt Zu Mandelstamm pflegen werden. Hier unter der Stiege Der Schwarzen fand ich eine Bleibe. Es handelte sich um die Hinterhauswohnung Seines Bruders, der den Obdachlosen Mehr widerwillig duldete. Es klirrt an die Schläfe die Klingel, Entrissen dem Leibe. Die Türklingel war ein Folterinstrument Für denjenigen, der sich nirgendwo Sicher und aufgehoben fühlen kann Und hinter jedem Besucher Einen Agenten der Staatsmacht vermuten muß. Die ganze Nacht Harch der liebsten Gäste hier. Jeder, der in irgendeiner Form Zum intellektuellen Leben In der stalinistischen Sowjetunion gehörte, Kannte dieses Warten Auf liebe Gäste. Jahrelang ging man nie Vor drei Uhr nachts schlafen, Weil man aus irgendeinem Grund Meinte zu wissen, Daß sie nur bis zu dieser Zeit kämen, Um einen abzuholen. Jedes nächtliche Auto, Jede nächtlich gehende Tür, Jeder nächtliche Tritt auf der Treppe Versetzte die Menschen In lähmende Angst. Und rassel und zerre die Ketten Die Fesseln der Tür. Ein klares Bild will nicht entstehen, Egal wie viele Übersetzungen Des letzten Verses man sich anschaut. Ich entscheide mich dafür, Die Ketten so zu verstehen, Daß sie einerseits als Türketten Vor Eindringlingen schützen, Aber andererseits Fesseln sind, Die den Bewohner, Der sich nachts nicht auf die Straße Trauen kann, Wie einen Gefangenen An das armselige Zimmer Ketten. Und wir anschauen, muss das개fen werden ges ¡hacken! Die Ketten Faculty Vielen Dank.